Musik Ich bin heute in VW Fokorode und spreche zum Thema Verbraucherschutz. Ich möchte mich als Bundestagsabgeordneter für einen starken Verbraucherschutz einsetzen. Nicht die Lobbygruppen von Unternehmen und Produzenten, sondern wir Menschen sollten beim Verbraucherschutz im Vordergrund stehen. Unsere Produkte werden global hergestellt und es ist für uns Konsumenten nicht mehr nachvollziehbar, wo sie hergestellt werden und was sie tatsächlich beinhalten. Es kann nicht sein, dass in ausgezeichneten Produkten Pferdefleisch statt Rinderfleisch zu finden ist. Oder Textilwaren und Spielzeug giftige Chemikalien beinhalten. Ich möchte, dass alle Bürgerinnen und Bürger leicht verständliche und schnell vergleichbare Informationen über die Herkunft, über die Eigenschaften und über die Inhalte der Produkte haben. Ich möchte mich zudem dafür einsetzen, dass es aussagekräftige Informationen bei allen Finanz- und Versicherungsprodukten gibt. Für einen starken Verbraucherschutz setzt sich die SPD ein. Helfen Sie mir dabei. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Ich möchte sich um 23. September für unsere Region anbide. inda� outrage. Anadirmes predictions. Bis zum nächsten Mal. Tschüss55 already. Bis zum nächsten Mal.